Die symmetrisch belastete Sternschaltung ist hier schon mal aufgeführt. Das Entscheidende ist, dass alle Z gleich sind. Deswegen taucht hier auch gar kein anderer Index auf. Und damit können wir die Ströme bestimmen. I1 durch U1 durch Z, I2 durch U2 durch Z, I3 gleich. I3 durch Z, die Phasenlage zu den Spannungen ist egal. Es wird immer durch das gleiche Z geteilt. Und daraus folgt natürlich sofort, dass I1 Betrag gleich I2 Betrag gleich I3 Betrag ist, gleich irgendein I Betrag. Und damit haben wir es hier zu tun mit irgendwie der Konstruktion I1 ist gleich dieses I Betrag mal A. A hoch 0, I2, I Betrag mal A Quadrat. Und I Betrag, I3, gleich I Betrag mal A, A Quadrat. Aber zusätzlich natürlich noch die Phase der Impedanz. Schreiben wir Z als Z-Betrag mal E hoch J Phi. Dann haben wir hier nochmal E hoch minus J Phi mal E hoch minus J Phi mal E hoch minus J Phi mit aufgetaucht. Damit ist sofort I N gleich I1 plus I2 plus I3 gleich I Betrag mal E hoch minus J Phi mal A hoch 0 plus A hoch 1 plus A Quadrat. Und das kannten wir schon, dass das hier gleich 0 wird. Das heißt also, der Strom im Nullleiter ist verschwindet. Verschwindet bei symmetrischer Sternschaltung. Außerdem ist es damit egal, ob der Nullleiter angeschlossen ist oder nicht. Dann können wir jetzt bemerken. Dann werden wir schon wieder in der Nullleiter angeschlossen bekommen. Dann können wir den Momente überschreiten. Dann werden wir noch ein paar Minuten öffnen. Das heißt also, wenn wir uns eine Nullleiter momentanzen, dann wird das Model 1 im Nullleiter. Jetzt geht es heute.